Schade fand ich es, aber gestört hat es mich nicht. Ich fand es gut, wenn Leute sich so äußern. Also wenn das in diesem Rahmen bleibt, weil das sind dann offensichtlich Menschen, die sich für eine Sache einsetzen und dafür demonstrieren. Das ist gut, wenn Leute sich für eine Sache einsetzen und dafür mit irgendetwas demonstrativ, friedlich nach außen treten. Ob ich der Meinung bin, das tut null zur Sache.